Es ist nicht selbstverständlich, dass es friedlich zugeht in einer Stadt und dass uns der soziale Frieden gelingt. Insbesondere in einer Stadt wie Augsburg, die wächst und Dynamik hat und wo so viele verschiedene Menschen zusammenleben. Wir hatten ein gutes Miteinander im Jahr 2016 und wir haben auch gezeigt, dass wir zusammenhalten bei schwierigen Aufgaben, in die wir gestellt waren, zum Beispiel bei der Flüchtlingsthematik. Aber wir haben auch Kante gezeigt, zum Beispiel bei der Friedensdemonstration auf dem Rathausplatz und ein Miteinander gelebt, zum Beispiel auch mit der Friedenstafel. Ich wünsche mir und uns allen, dass uns dieses gute Miteinander auch im kommenden Jahr wieder gelingt. Für 2017 wünsche ich Ihnen allen viele glückliche Momente und ein gutes Miteinander in unserer Stadt.